Am Ende kann ich nicht zu viel sagen. Ich kann nur sagen, dass ich sehr stolz auf dieses Team bin. Wir haben 60 Minuten gegen ein Top-Team wie Magdeburg gekämpft und am Ende, ich denke, wir haben verdient. Diese einen Punkte, vielleicht zwei Punkte, aber am Ende in dieser Halle, das ist der deutsche Meister. Ich denke, dass eine Punkte auch sehr gut ist. Ich bin sehr stolz, ich bin sehr froh und wir müssen weiter so machen in unserer Halle gegen Lemko auch. Ja, das war, egal bis zur letzten Minute, ein Thriller und am Ende kein Glück für uns. Ich denke, der letzte Angriff und die letzte Abwehr, wir haben nicht den letzten Stopp faul gemacht und das war ein Problem. Aber jetzt ist es eine sehr gute Mannschaft und wir sind sehr froh mit einem Punkt auch. Ich glaube, es war ein kampfbetontes Spiel. Wir haben hier einen super Kampf geliefert, super Fight geliefert. Und ich glaube, insgesamt können wir stolz sein auf einen Punkt. Nach so einem Spielverlauf möchte man natürlich lieber zwei mitnehmen. Also super Fight abgeliefert. Also ich glaube, wir laufen 60 Minuten alle in eine Richtung, ziehen alle an einem Strang. Und ja, das ist schön zu sehen, dass jeder sich auf jeden Fall verlassen kann. Merk Muy seltsam. Untertitelung des ZDF, 2020